So, willkommen zurück zu Outland, hier im Wesus, äh, hier, ne? Und so, gehen wir weg. Maze, Labyrinth, genau, Labyrinth, heißt das. Ah, Farbe wechseln. Ah, zwei mit einem Streich, so muss das sein. Das ist eine neue Aufnahme, ich bin wieder ein bisschen raus, aber ich gebe mir Mühe, möglichst schnell wieder reinzukommen. Ach, das ist so einer, verdammt, geh mal weg. Da benützt sich doch glatt meine Energie. Hä? Okay, also von oben kann ich denen auch nichts anhaben, die sind ganz schön fies, die Teile, die Gegner. Checkpoint aktiviert und ey, auch wenn die Kamera hier runterfährt, ich hab das gesehen, ich bin ja nicht blöd. So, das hätte ich gerne auch. Ich hab mir doch gedacht, dass das ein Herz ist. Und jetzt muss ich hier aber aufpassen, ne? Dass ich da nicht runterfalle auf diese Stacheln. Äh, so, genau. Ups. Ah, hey, was? Warum? Hm, keine Ahnung, warum ich mich da jetzt nicht hochziehen konnte. Ich wehse nicht. Aber ich bin durch. So'n dicker. Ey. Ey. Ah. Die Karten, ohne Scheiß, wenn ich auf den Kauf gehe, wenn er seine Waffe nicht hier bewegt und die Waffe in eine komplett andere Richtung zeigt. Das ist ja gemein. Das wollte doch. Ich bin lieber. Au. Au. Äb. Äh. Ja. Komm, hau mich. Kann ich den von oben? Nö, kann ich nicht. Aber, ja, dass er sich immer festhält. Das ist böse. Das ist gemein. Ja, genau. Ich springe mal auf den Rücken, weißt du, seine Waffe ist vorne. Er kann gestapeln oder so. Ich krieg Schaden. Ja, ja, ist okay. Ist okay. Das ist nicht allzu fair. Ja. Ja. So, war hier noch ein Weg. Hab ich nicht gesehen. Nö. So gut. So ein Viech. Moment. Du fließen kannst. Ich kann auch fließen. Und den lasse ich mal in meiner eigenen Dombel hier ersticken. Ich finde das passend. Ich weiß auch nicht. Irgendwie gefällt mir das. Ah, blau. Ah. Nein. 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 Moment. Ist das eine Sackgasse hier? Ist das eine Sackgasse hier? Ja, das ist eine Sackgasse. Das heißt... Äh. Na, klasse. Danke viel. Das ist mir das hier auch nicht. Bei dem. Aber Sackgasse heißt... S. Hä? Ich dachte, ich hätte gerade gewechselt. Ich dachte, ich wäre blau. Ha. Keine Ahnung. Uah. Jetzt bin ich ja wieder hier. Genau. Mach ich das halt eben nochmal. Komm. Hier. Mal. Kann ich nicht die Bombe benutzen? Für die da? Ja, natürlich kann ich das. Guck mal. Warum sollte das auch nicht gehen? So, jetzt muss ich mir mal kurz einen Blick auf die Karte werfen. Hier rechts unten ist die Sackgasse. Da würde ich gerne hin. Um mir alles zu holen. So, und zu diesem Zwecke... Muss ich den hier machen. Genau. Geht doch. Wo war jetzt genau das Problem? Ich weiß es nicht. Haha. Von Ausgewichter. Huiuiui. Was für ein Level. Ähm. Ähm. Da muss ich mal eben kurz niesen. Ah. Koordination. Wo bist du? Das ist böse, wenn man da niesen muss an der Stelle. So, komm hier. Geh mal weg. Der hat doch hier gelacht, wenn ich da nicht durchkäme. Ah. Hier muss ich blau sein. Sonst würde ich da unten einfach durchfallen. So, auf dich habe ich gerade gar keine Lust. Wo muss ich denn hin? Äh. Ich kann oben oder unten. Sehe ich gerade. Dann gehe ich zuerst mal nach oben. Zweimal? Zweimal? Okay, flieg dich ganz hoch genug, aber ich kann ja in der Luft nochmal nach oben hauen. Ah, die sind so schnell, was? Die sind so schnell, das ist so fies. Und ich habe für dich, ich kriege auch Schaden, bevor sie mich eigentlich treffen mit ihrer Waffe. Ganz blau oder rot natürlich, komplett ganz rot. Wenn ich nicht mit dem Wechsel rechne, dann wechselst du natürlich. Von oben kriege ich den ohnehin nicht, das heißt, ich kann jetzt eh warten, bis er weg ist. Dann kriege ich den von hinten, endlich. Ja, jetzt geh halt mal weg. Oh Mann, ist das gemein. Da hatte ich ja gerade überhaupt keine Chance. So, aber jetzt dürfte ich wieder, genau, jetzt bin ich wieder da, wo ich meinte, ich kann in beide Richtungen gehen. Dann bleibe ich hier doch einfach mal. Und dann gibt es zum Beispiel den da. Wie komme ich an diese Geldvase? Wie komme ich an diese Geldvase? Ah, das mit der Bombe klappt hier nicht. Ah, natürlich, natürlich kriege ich hier auch Schaden. Das war ja so klein. Ah, nee. Ah. Ich habe hier eine Bombe gelöst. Geh mal weg, geh mal weg. Ich sagte, geh mal weg. Irgendwie. Ich habe das Gefühl, die Steuerung will nicht ganz so wenig. Na, klasse, noch so einer. Aber ich habe doch hier meinen tollen Schlag. Dann nehme ich den halt einfach mal. So, ich war jetzt hier oben. Ich weiß, im Prinzip, wie es weitergeht. Verdammt. Und wenn ich nochmal schauen, was diese Seite hier nicht bereithält. Vielleicht gibt es hier ein paar Herzen. Ja, zumindest eins. Wo bin ich hier denn jetzt? Das ist wieder eine Sackgasse. Die ist bei einem Geld. Beziehungsweise das war ja die letzte eigentlich auch schon. Ja, ist okay. Kann man machen. Was? Die waren doch schon durch. Waren die noch nicht durch. Ich hatte gedacht, die waren schon durch. So, wo ist die nächste Sackgasse? Unten ist die nächste Sackgasse. Und es wechselt die Farbe. Natürlich. Ich bin jetzt befürchtet, dass die Roten da unten noch sind. Komm ich da durch? Ja, nicht wirklich. Aber hier habe ich genau das Problem, dass die unten noch sind, wenn oben die nächsten kommen. Ich lasse den einfach mal sein. Ha, Sackgasse. Als wäre es gewollt. Als wäre es gewollt. Finde ich gut. So muss das laufen. Und so langsam kriege ich aber wieder Lebensenergie zusammen. Ja, Sackgasse dazu. Ich war meiner Zeit gerade voraus. Okay, wo muss ich hin? Ich muss oben rum. Was ist unten? Unten ist ein Teleporter und ein Checkpoint, so wie es aussieht. Aber ehrlich gesagt, fühle ich mich gerade so ein bisschen unterpowert. Ich würde deswegen sogar direkt zum Ende gehen. Ach, äh, siehst du mal, ich muss eh zu beidem. Warte, ich hier den Schalter drücken muss. Was, der greift mich durch die Wand an. Das ist ja fies. Weißt du was? Ich habe auch so etwas Tolles. Tschüss. Er hat doch gelacht. Ich dachte, er sprengt sich selber damit. Aber so eine große Reichweite hat die Bomben eigentlich gar nicht, ne? Dass der sich da selber hätte sprengen können. Wow, was ist das? Äh, das machen wir nächstes Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin.